moin moin und herzlich willkommen bei 4M heute zeige ich euch wie ich meine durchflussregler oder auch vorlaufventile genannt wechsle hier im bild seht ihr mein defektes vorlaufventil bevor wir starten müssen wir als erstes alle raumthermostate auf null stellen beziehungsweise auf minimum damit die stellmotoren deaktiviert sind dann muss man den rücklauf beziehungsweise den ablauf im uhrzeigersinn abstellen und das gleiche machen wir mit dem vorlauf beziehungsweise den zulauf der fußbodenheizung ob vor und zulauf richtig geschlossen sind könnt ihr auch mit dem wärmemengenzähler kontrollieren hier muss die wärmemenge auf null stehen jetzt lassen wir an der ablassschraube das überflüssige wasser heraus wie ihr seht es kommt nicht sonderlich viel wasser aus dem ablass jetzt nehme ich einen 19er ringschlüssel man kann auch einen 19er nuss verwenden und schraube das ventil entgegen des uhrzeigersinnes hinaus welcher schlüssel verwendet wird kann selbstverständlich je nach modell der fußbodenheizung variieren und wenn ihr jetzt dies das ventil fast raus geschraubt hat seht ihr noch mal an der ablassschraube kommt noch mal ein schwung wasser hinaus hier im bild zu sehen für das neue ventil braucht ihr weder hanf und vermied noch braucht ihr teflon band die gummidichtung am ventil reicht vollkommen aus und hier zeige ich euch nochmal das neue ventil im vergleich zum alten jetzt könnt ihr einfach das neue ventil hinein schrauben und mit euren schraubenschlüssel festziehen bitte bedenkt dabei niemals zu fest ziehen sonst geht der kleine gummiring der als dichtung fungiert kaputt also mit gefühl handfest anziehen an einer fußbodenheizung mit einer spreizung von 8 bis 10 grad herrscht niemals ein sehr großer druck jetzt könnt ihr auch schon wieder die regler für den vor und zulauf das heißt die beiden haupthähne wieder öffnen danach könnt ihr noch die oder müsst ihr noch die heizung entlüften das geht folgendermaßen einfach die entlüftung schraube öffnen die luft raus strömen lassen wenn wasser kommt noch etwas laufen lassen ich habe jetzt nur einen becher untergestellt etwas eleganter wäre es wenn man einen passenden schlauch noch auf die schraube vorm entlüftungsventil setzt aber es kommt relativ wenig wasser raus es geht auch mit einem becher jetzt müsst ihr noch die durchflussmenge beim neuen ventil einstellen dieses zeige ich auch in einem anderen video was ich euch noch verlinken werde und dann seid ihr auch schon fertig ich werde euch noch ein link für die werkzeuge und ähnliches in die infobox schreiben 2 2 4 4 5 7